Ich wandle von Unfegen! Vorwärts! Marsch! So, dann hätten wir das zumindest schon mal und jetzt noch schnell mit Luke Krieg das Bruderherzchen. Herzchen! Oh, Alter! Da war es wieder. So, Lady Marion, go go! Vorwärts! Marsch! Ich wandle von Unfähigen! Ach, kacke! Keine Bewegung! Soldaten zum Angriff! Komm, schlaf mal daneben! Bleib stehen, Feigling! Keine Bewegung! Er gibt dich! Komm, schlaf mal daneben! Oh, yes! Komm her! Komm her! Trauer dich! Ja! Alle guten Dinge sind bekanntlich drei, ne? Komm! Keep rolling, Baby! Keep rolling! So, okay! Da haben wir... Das... Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir diesen Trupp... Das war echt Lack! Das... Da haben wir echt gelackschottet, ja? Ähm... So, hier! Ich hole dir auch noch mal ein paar Kräutchen! Obwohl, ne, Marion! Ich weiß ja nicht, ob wir die mit ins Lager nehmen! Und sollten wir sie dann nochmal bekommen, dann hat sie halt ihre Kräuter noch an Mann! So, denn im Lager werden ja eh wieder Haufen Kräuter gesammelt! Und somit brauchen wir jetzt keine Angst haben, von wegen, äh... Dass wir dann nicht haben! Okay! Edward Creek! Ich drücke jetzt nochmal auf F1! Du kannst dir ja schon mal dein... Blatter... Das Pergament... Hier angucken! Ach, du heilige Kacke! Ein ansehnlicher Mann! Hm... Nehmen wir Eddie Brown, oder...? Ja doch, wir nehmen Eddie Brown! Bei Eddie Brown haben wir nämlich unter anderem ja die Möglichkeit, dass er seine Keulen äst und äh, dann zusätzlich noch die Heilung von, 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 von Marion und äh, dem... 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 Dem Bruder Queek! Das war jetzt geil! Das war jetzt richtig geil, ja? Eins! 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 Was das ist? Das ist eine Mighty Keule des Todes! Die Bronze-Spiele des Todes! Nimm das! Na? Und der wen des Fel the Hernandez! Hehehehehehe... Genau ist der dich deutschen Mal! Ist drin, schnapp! Bester Grönschneiden! Ah! Neuer! Cute Junyo! bloß geschickt! Hey, der gehört in die Ahnenhalle. Alter, ich wette, der hat Vorfahren in Valhalla. Boah, krasse Scheiße. Was der hier weggeknüppelt hat. Mann, Eddie. Also da ist der echte Keule verdient für. Boah, ich dachte, die hat gepetzt. Aber nee, ist... Ach, das ist die gewesen. Gut. Boah, ich dachte, das war jedem Petzo und noch. Hey, Hilfe! Hilfe! Boah, da sind auch rote Soldaten. Na, geil. Das kann ja eiter werden. So, was haben wir hier noch an Info? Scheiße. Nochmal ein paar ordentliche Soldaten. Okay. Aber die haben hier anscheinend dieses Mal nichts bei. Zumindest können wir hier als Robin nicht irgendwas klauen bei den ganzen Leuten. So, Mission speichern und jetzt nochmal separat speichern in Mission Nummer 5. So. Eddie, du hast deine Keule immer noch nicht gegessen. Ein ansehnlicher Mann. Rom, nom, 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 nom. Da hat er sie wieder weggesnackt. Es gibt Brügel. Der Galgen wird dein Tod sein. Blöd, Mann. Ah, der war nicht in Reichweite. Der ist hingefallen. Der ist hingefallen. So. Ich mag es, dass der halt... nicht gerade, äh... ein Genius ist, ja. Okay. So. Eddie Creek. Den müsste man einfach so treten. Das wäre Hammer. Aber an dem Punkt würde ich mich nicht hinsetzen. Also echt. So. Wer da? Halt, haben wir da. Halt, haben wir da. Halt, haben wir da. Nicht schlecht. Blöd, Mann. Ja. Oh, dass ich nicht lache. Komm. Der Galgen wird dein Tod sein. Nicht schlecht. Ja, das war klar. Okay. Okay. Es gibt nicht lache. Ah, ist das? Wettler. Ah, will es sein, was? Oh, gar, Ehrloser. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Versuch das nochmal. Gut, Brötchen. Nicht schlecht. Dir werde ich's zeigen. Oh, gar, Ehrloser. Yeah. War das alles? Entraffen. Scheiße. Mann. So. Jetzt mal ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. So. Wer da? Es gibt Brötchen. Wer kann das Gehirn? Dein Co. Wenn es sein muss, versuch das nochmal. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja. So. Alter, das war jetzt richtig fein. Na ja. Richtig fein war das, wie ich da unsere eigenen Typen weggeballert hab. Wer da? Halt, Beckler. Habe ich da nicht etwas gehört? Gott, der ist hingefallen. Wenn es sein muss, oh gar nicht schlecht. Nicht schlecht. Halt, Beckler. Habe ich da nicht etwas gehört? War das alles? Yeah. Dir werde ich es zeigen. Halt, Beckler. Ist klar. Halt, Beckler. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Dir werde ich es zeigen. Halt, Beckler. Halt, Buckler. Halt, Halt. Halt, Halt. Oh Gott, ja, 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 ja. Halt, Halt, Halt. Halt, Halt. Halt, Halt. Nein. Ja. War das alles? Scheiße. Warum hat man ja so verfucktes Langschwert? Das ist aber jetzt mein Plan, immer wieder aus der Bude raus und wieder rein. Unsere gesamte Gruppe wäre dann down. Oh, warte. Scheiße. Ey, das ist so nervend. Was ist denn das für eine Stelle? Was brauchst du denn da? Da brauchst du auch mindestens... Okay, warte, warte. Ich glaube, ich habe was. Ich habe was. Da, einer weniger. Warum liegt es, Bettler? Es gibt Rügel. Oh, da, Ehrloser. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Blöd, Mann. Versuch das nochmal. Blöd, Mann. Ja. Au. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Versuch das nochmal. Nicht schlecht. Ah. So. Ich glaube, da sollte ich eher hier mit dem, äh, mit, das mit diesem, mit diesem, mit diesem, äh, immer wieder rein- und rausschicken machen. Ich glaube, da hat was gehört. Ja. Wenn es sein muss. Ich verstehe das nicht, ich verstehe das echt nicht, wie man diese Stelle richtig packen soll. So, jetzt nehmen wir mal hier, äh, drei Leute mit, ja? Ja. Ich glaube, da, ich habe keinen Plan, wie wir da, äh, äh, geistvoll das schaffen sollen. Und